Hier und nicht in Hollywood, in Warnemünde. Brigitte Schneider von STV und neben mir steht er. Es war schon immer mein Traum. Das erste Mal, dass ich als Brigitte Schneider von STV auf dem roten Teppich mit dabei sein will. Brigitte Schneider und umrahmt von zwei Herren des Filmbusiness. Das fühlt sich so gut an. Auf dieser Seite steht... Ich bin Will Smith. Will Smith, ich wusste es einfach. Und hier steht... Ein junger Nachwuchsschauspieler. Wir kennen uns schon Jahrzehnte. Und, ist er netter? Er ist schon seit Jahrzehnten ein guter Nachwuchsschauspieler. Ach, das ist ganz toll. Es macht immer wieder Spaß, mit diesem großen Meister zu drehen und man kann so wahnsinnig viel lernen. Ehrlich? Ja, ich möchte ihm dafür auch... Ehrlich nicht? Ehrlich nicht. Ne, halten Sie mal Ihre Uhr kurz hoch. Halten Sie mal die Uhr kurz hoch, dann könnten wir doch mal sehen, ob das... Kennen Sie den Herrn schon länger?